So, hallo Leute, da sind wir auch wieder im nächsten Part von Let's Play Battlefield 3. Ja, ähm, wir sind ja hier im letzten Part, ich hätte ja nicht so stehen geblieben, hab ich ja die Aufnahme abgebrochen oder so, kurz mal Aufnahmepause gemacht. Und jetzt machen wir ja weiter. Mission auf der Jagd. Kurz, mein Hetz dann nochmal richten, so. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Oh, cool. Jennifer Callerby, Hawkins. Wissenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Merabat. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo Al-Bashir ist. Mhm. Ähm, was mir gerade einfällt, äh, nach der Einmission, ähm, Aufstand, da haben wir... Wir sind schon iranische Flieger in der Luft, 9,7 auf der Arsch-Zugknife-Skala. Ich reg gleich weiter. Die Grafik ist Bombe, ey, aber ich glaube, muss ich den ein bisschen leiser stellen, oder geht das auch? Das Hand passt schon. Na, komm, hier in der Mission muss ein bisschen leiser vielleicht. So, so würde schon gehen. Die Grafik sieht natürlich Bombe aus von Battlefield 3, wie man es gewohnt ist, einfach nur. Wie gesagt, da DICE und Frostbite 2 haben da echt... ...gute...da hast du recht, echt gute Arbeit geleistet. Da fliegen schon die Jets, die ersten Raketen, die ersten, äh, Düsenjäger, alles. Alles. Und da ist, glaube ich, unsere Maschine. Ah, mal geil. Das wird richtig nice. Das fühlt sich richtig echt geil an, ey. Was ich gerade sagen wollte, nach der Mission Aufstand kam natürlich noch so eine Szene, äh, wo Blackburner von den Typis, der von der CIA oder wie die auch immer sind, abgefragt wird, wo der wieder erzielen soll. Und da erzählt er halt, das Hawkins hier, das Hawkins hier alles, ähm, halt das Hawkins hier, äh, ne, die, 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 äh, Jet Mission macht und so haben die Hawkins, über Hawkins gesprochen und so. Hawkins spielen wir jetzt. Haben wir, ey. Wir spielen jetzt Hawkins. Der hat, der hat ja gerade gesagt, wir fliegen über Terrain. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremse an und überprüft Klappen und Vorflügel. Du hast den Gehör, Hawkins, Klappen und Vorflügel. Vorflügel, ja, ja. Ich muss so einen ganz kurz hier, äh, wo ist es jetzt? Verkletzung. Nein. Bewegungsverzerrung, Helligkeit, Steuerung, Mausempfindlichkeit, Fahrzeug, Mausempfindlichkeit. Vielleicht ein bisschen. Links. Jo. Hm, recht. Wow, okay. Passt schon. Äh, E. Oh. Passt alles. Eingeschaltet. Eins. Und linke Maustaste. Zwei. Und linke Maustaste. Nix. Warte mal. Entschuldigung, aber ich muss ganz gut zumal. Ja, ist ein Voltragut. Ja. Abheben. Jo. Oh, ja, das wird richtig geil, Alter. Wann kommen wir? Hä? Und jo, Alter. Bam. Hey. Ja, jetzt, ich glaube, die sprechen jetzt die ganze Zeit in dieser Flugmission. Die ganze Zeit, aber das sind da irgendwelche komischen Daten, die wir eh nicht kapieren. Ich, ich meine, die auch, ich glaube, die meisten von euch kapieren die ganzen Daten, die durchgegeben werden, eh nicht. Also kann ich hier ruhig labern oder so, wenn irgendwas Wichtiges kommt. Zum Beispiel 4,6 bla bla bla, das brauche ich jetzt nicht. Moinsinn. Oh, ja. Alter, so ein geiles Feeling, ey. Also, ich finde das mal richtig geil. Ich habe die Kampagne zwar schon mal gespielt, habe ich schon mal im ersten Part gesagt, aber trotzdem, ey, beim zweiten Mal ist es immer noch so geil, als hätte man die Kampagne noch nie gespielt, ey. Das ist einfach geil, das ist dann nur. Keine Hörgung zu den Ländsten, okay. Hm. Und dann? Oh, Wolkendecke. Wir sehen nichts. Wolken, verpisst euch. Boah, das hier sieht schon richtig realistisch aus, ey. Hammergeil. Wolken, verpisst euch. Ja, das kriegen wir direkt aufs Maul, sagst du, ey. Also, wir sind eine Frau. Geiles Manöver irgendwie, aber ist schlecht für uns. Hä, hä. Was ist denn die Fuffel gehofft? Oh Gott. Ja, wo ist der Hockend? Ja, hinter uns. Ja, ich bleib an ihm dran, ey. Ey, Flares, los, Flares. Ja, setz doch Flares ab. Mach hinne. Ja, Alter. Ich setz doch schon Flares ab. Ich mach schon X, ja. Ich setz Flares ab. Ich Astlatin, kille mach jetzt. Fass ihn, Hockens. Du wichser. Ich weiß auch, wenn ich treffen komme her. Bäm. Ja, komm hier, treff doch. Bäm. Ja, danke. Ich bin auch ein Bro. Ne. Das war's was denn. Ich hab so ein MG hier, sag ich mal. Ich versuch mal auch eins. Lol. Hab ich denn so gekriegt? Mit diesem komischen MG hier? Geil. Das war irgendwie nur zum Ausprobieren. Aber geil. Ist geil. Okay. Essendons. Können wir weg sind zwischen 1 und 2. Ja, ist das Flesser. Ja. Flesser draußen. Ja, ich mach Flesser. Ich seh ihn schon. Kann ich ihn nicht abknallen? Das ist ja immer zwischen die Flesser. Komm hier. Nein. Komm. Komm. Bäm. Ja. Mongo, ey. Ja, Alter, was fliegt so? Alter, kann ich... Ja. Triff, Alter. Triff, 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 triff. Bäm. Jo, einer weniger. Das ist echt... So, hier. Jo, erstmal schön angeben. Hier schön über uns rüberfliegen. Ne, Kollege? Es geht. Kann lang, wie lange ich jetzt hier aufnehme. Keine Ahnung. Schatz auf. Ich nehme so lange auf, wie lange ich Bock hab. LOL. Was ist das Gegner? Oh. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh scheiße, wir haben ein Problem. Oh Gott. Oh Gott, das. Was sieht aus? Oh Gott. Der kann ich nicht irgendwie immer... Ja, Flares, bin dabei. Ja, ich mach schon, Flares. Mach schon. Schon dabei. Ja, bin dabei. Ah, hab alles im Griff hier. Ja, ich passe runter im Arsch auf. Ja, ich bin dabei. Ja, jetzt geht's mal ran hierher. Wo ist der? Alter. Komm, kann ich den nicht irgendwie erfassen oder so? Alter. Alter. Oh, jetzt hab ich den Kontrolle aus. Wir sind einfach noch zwei. Äh, wo sind denn die Mongos? Ah, geht doch. Ha! Ah, der Flares aber so abgesetzt. Scheiße. Komm, jetzt aber hier. Bäm. Loll. Ja, sorry, ich hab mal nicht drauf geachtet. Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, Alter. Ne? 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 immer fassen an hier als scheiße in der seite ich bin dabei ich glaube ich bin viel so ist besser glaube ich alter der hat seine fucking flares fick dich ja bäääääm ha ha mongo So. So. So voll übel, ey, wenn ich sehe, dann würde ich davon schlecht nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut hier jetzt. Ich spreche mal lieber ein bisschen lauter. Nicht, dass die Musik hier voll laut ist und alles und dann hörte mich am Ende nicht. Dann ist alles umsonst hier aufgenommen. Das wäre richtig scheiße, irgendwie. Ja, genau, ja genau, der auch noch, oder? Lebewesen. 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 Bienkomme. Ja, ähm, was? Ja, äh, okay. Lebewesen. 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 Was? Ähm, ja. Okay. Ja, okay, so was soll ich jetzt nicht machen. Muss ich mal zuhören. Ohje. Ohne Angriff.